Mein Name ist Antonia. Ich bin schon länger verletzt. Ich werde schon mehr wissen, dass ich vorhin bin. Es sind Taxischoförer. Letztes Jahr. Ich habe keine Probleme mit der Gesundheit. Es war bei der 5.4.11. Möglich. Das war, dass der Personal vom Centro-Hospitalier schnell da war. Aber noch. Und ich will mich gerade mal hierin. Für mich. Alde, als ich elinde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020